Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind jetzt hier am Ende unserer Seminars angelangt und ich hoffe, es hat Ihnen alles gut geschmeckt und Sie hatten ein bisschen Spaß. Und alle diese Käse, die Sie heute verkostet haben, gibt es natürlich bei mir im Laden. Und es gibt noch viel mehr an Möglichkeiten von Käse und Weinen bei mir zu erwerben und zu kombinieren. Und ich würde Sie gerne persönlich beraten und freue mich, wenn Sie zu mir im Laden kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bedanke mich recht herzlich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.